Ich habe damals als Fahrzeugingenieur in München gearbeitet und habe mich dann dafür entschieden, etwas Neues zu machen, weil die Fahrerei einfach zu viel war. Ich habe keine Lust mehr drauf gehabt. Ich spreche jetzt schon von mir, weil mein Bruder kam dann relativ schnell dazu, der auch in München gearbeitet hat. Das war die Zeit, wo diese Robert-Parker-Bewertungen um die Welt gegangen sind. Überall kommt man lesen, dass es Parker-Bewertungen für Weine gibt. Das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, da könnte man versuchen, ein Business daraus zu machen, also in den Weinhandel einsteigen. Das haben wir dann gemacht, 1993. Ein paar Wochen später ist mein Bruder dazugekommen und so ist Unweine entstanden. Wir haben dann nach zehn Jahren den ersten Mitarbeiter eingestellt, erst eine Assistentin, dann einen Lagermeister oder Lagermitarbeiter, der jetzt unser Lagermeister ist und seitdem er bei uns arbeitet und auch einen guten Freund wurde. Es ist dann gewachsen, wir haben dann zusätzliche Flächen anmieten müssen, wir wollten in Kellern lagern, das war nicht so einfach zu finden. Da haben wir uns auf die Suche gemacht. In Usher war die Möglichkeit leider nicht. Wir haben da mehrere Plätze beleuchtet, das hat aber nicht funktioniert aus mehreren Gründen. Und dann hat sich hier in Fraustorf dieses Grundstück aufgetan. Und naja, von der Infrastruktur geht es kaum besser, auch von der Visibilität. Und dann haben wir das entsprechend entwickelt und sind dann 2006 in unseren ersten, also Ende 2006 in unseren ersten Neubau hier eingezogen. Unser typischer Kunde ist im Prinzip der herrländige Weinsammler. Wir betreuen auch viel der deutschen Top Gastronomie und Hotellerie. Wir kooperieren mit Private Yacht-Charter-Firmen. Wir verkaufen an große Kreuzfahrtschiff-Gesellschaften. Und so ist es eigentlich ein relativ guter und gesunder Mix, wobei wir natürlich über die Page, die Page ganz klassisch an den Endverbraucher handeln. Und da würde ich unsere Kernkompetenz schon sehen in den hochkarätigen Weinsammlern. Musik 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 Musik